Wie funktioniert eigentlich ChatGPT? Wie funktionieren DALL-E oder MidJourney? Diese Modelle haben eines gemeinsam. Sie basieren auf GPT-3. Ich denke, ihr habt schon genug Anwendungen gesehen. Lasst uns heute mal über die Technik dahinter sprechen, um das ganze Thema zu entmystifizieren. Eine kleine Anmerkung hierzu. Ich habe einen Kurs mit über 100 Videos zu Machine Learning hier auf YouTube bzw. auf meiner Academy. Wenn ihr also mehr Details wollt, schaut dort gerne vorbei. Wir werden uns heute mit der Theorie befassen. Die Praxis findest du in Serien wie PyTorch oder TensorFlow, ebenfalls auf der Academy. Ich versuche hier nicht zu tief zu gehen, aber eben auch nicht oberflächlich zu bleiben. Also, was ist GPT-3? Wichtig ist erstmal, dass GPT-3 oder alle GPTs sogenannte Generative Pre-Trained Transformer-Modelle sind. GPT-1 wurde übrigens schon 2018 veröffentlicht. Chat-GPT und MidJourney nutzen dann im Hintergrund GPT-3 als KI-Modell und formulieren ihre Antwort jeweils passend. Spannend hierbei wird etwas, dass sich Self-Attention Mechanism schimpft, also Selbstaufmerksamkeitsmechanismus. Das hat nichts zu tun mit Selbstbewusstsein, by the way, aber fangen wir vorne an. GPT-3 ist ein sogenanntes Large Language Model, kurz LLM, das eben massiv lange Texte verarbeiten kann und auf wahnsinnig vielen Daten trainiert wurde. Und die wurden eben jetzt erst so richtig möglich, weil wir bislang einfach nicht die Rechenleistung hatten. Die Möglichkeiten wachsen mit der Leistung. Das heißt, je länger der Text den GPT-3 bzw. 456 einlesen oder ausgeben kann, desto mächtiger. Klar, die einfachsten Modelle arbeiten mit Next Token Prediction oder Masked Language Modeling. Das heißt, sie ergänzen beispielsweise aus Morpheus liebt ... das ... zu Programmieren, Chat-GPT oder Katzen. Haben wir den Satz Morpheus ... seine Katzen könnte man hier einsetzen, liebt, füttert, knuddelt und so weiter und so fort. Genau das macht eigentlich ein Language Modell. Ihr kennt das von eurer Handy-Tastatur, ihr gebt ein paar Worte ein und euer nächstes Wort wird vorhergesagt, wenn ihr es so eingestellt habt. GPT-3 ist exakt dasselbe, nur in sehr, sehr viel größer. Dahinter steckt natürlich ein neuronales Netz bzw. mehrere neuronale Netze, also ein Netz aus Neuronen, das, wenn es fertig ist, wirklich riesig ist. 175 Milliarden Parameter hat das Netz. Zum Verhältnis GPT-1 hatte nur 1,5 Milliarden und aus den 40 Gigabyte Trainingsdaten von GPT-1 sind 570 Gigabyte Trainingsdaten geworden für GPT-3. Das heißt aber übrigens nicht, dass 175 Milliarden Neuronen komplett miteinander da drin verbunden sind. Häufig werden eigentlich sogenannte LSTMs als Neuronen verwendet. Also im Endeffekt Long Short Term Memory Neuronen. Zu denen habe ich ein ganzes Video gemacht, das ich euch gerne verlinke. LSTMs nutzen mehrere trainierbare Parameter in einem Neuronen. Einer beispielsweise für die Ausgabe, ein anderer aber dafür, wie viel der vorherigen Eingabe, also von dem Wort oder dem Token davor, sie wieder vergessen dürfen oder eben sich merken müssen. Denn schreibt mir einen Aufsatz über GPT-3 ist auch eine gültige Eingabe für ein Language Model. Jetzt nimmt sich das Language Model meine Eingabe und spuckt das erste Wort aus, beziehungsweise genauer gesagt das erste Token, das auch nur ein Teil eines Wortes sein kann. Diese Ausgabe wird nun zur Eingabe. Das heißt GPT-3 gibt sich dann selbst das nächste Token für die Eingabe. Also schreibt mir einen Aufsatz über GPT-3, dann generiert es GPT-3 und fügt das wieder hinzu. Und als nächste Eingabe haben wir, schreibt mir einen Aufsatz über GPT-3 Ausrufezeichen, GPT-3 Punkt, Punkt, Punkt. Danach wird eben das nächste Wort ersetzt mit Klammer, Generative und so weiter und so fort. Also eigentlich ein relativ langweiliger Prozess. Nochmal ganz kurz zurück zu LSTMs. Die haben nämlich im Endeffekt ein paar Probleme. Im Endeffekt ist das auch nur eine Art statistische Ausfüllung. Das heißt, welches Wort passt am besten in meinen Lückentext? Das hat ein paar Nachteile. Umgebende Worte können nicht mehr Gewicht bekommen als Worte, die schon wahnsinnig lange her sind. Beispielsweise hier, um das Wort Befürchten zu generieren, ist das Wort Kritik viel relevanter als die Wörter beeindruckendste Merkmale. Der andere große Nachteil, Eingabedaten werden individuell und eben nacheinander eingelesen anstatt als gesamte Eingabe. Deswegen haben Forscher von Google 2017 übrigens die sogenannten Transformer veröffentlicht. Damit arbeitet GPT-3 jetzt auch. Und GPT-1 übrigens auch. Die arbeiten auf allen Daten gleichzeitig mit einer Art Aufmerksamkeit für sich selbst. Also, dass unterschiedliche Tokens unterschiedlich gewichtet werden können. Wenn das Modell sie als wichtiger eben erachtet. Es erlaubt also damit quasi Kontext. Um diese Aufmerksamkeit zu generieren, muss aber das neuronale Netz die gesamte Eingabe auf einmal verarbeiten müssen. Und das passiert jetzt wie folgt. Jedes Token, das ein Wort, Satzteil oder nur ein Wortteil sein kann, wird als drei Vektoren dargestellt. Query, Key und Value. Generiert heißt über das neuronale Netz erstellt, aus einem Token. Der Query-Vektor wird benutzt, um das Gewicht für das Token für die aktuelle Aufgabe zu berechnen. Der Key wird benutzt, um die Ähnlichkeit des Tokens zum Rest der Eingabe zu berechnen. Value wird dann für die finale Berechnung des Tokens verwendet. Und jetzt wird spannend. Jetzt wird das Skalarprodukt berechnet zwischen Query und Key. Also in eben dieser Vektordarstellung. Und anschließend werden eben alle mit einem Softmax normalisiert. Das führt dazu, dass wenn ich alle Gewichte addiere, ich eine Summe von 1 bekomme. Das heißt, ich habe immer ein Gesamtgewicht von 1. Und jetzt Value ausrechnen als das, was gerade rauskam. Multipliziert mit dem Value-Wert. Und was wir jetzt haben, ist folgendes. Ein Modell, das alle bisherigen Tokens gewichten kann und ihnen eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt. Je nachdem eben, wie wichtig dem Modell das einzelne Token ist. Und damit kann ich dann im Endeffekt auch berechnen, welches Token am wahrscheinlichsten für danach ist. Also als mein nächstes Token. Nachdem wir vom Modell etwas zurückbekommen haben, müssen wir aber auch eigentlich wieder dekodieren. Denn diese Art der Architektur heißt Encoder-Decoder-Modell. Allerdings wurde der Teil des Decoders quasi abgeschnitten. Das macht es ja alles so spannend. Wir geben einen Haufen Informationen in ein neuronales Netz rein. Trainieren es, sodass es Text versteht. Ähnlich wie wir das tun. Und dann schauen wir einfach, was roh dabei rauskommt. Also nicht, was die eigentliche Ausgabe ist, sondern was wir wirklich roh denken sozusagen. Und deswegen kann ich hier auch Bilder generieren. Texte und eventuell auch Videos, beziehungsweise einzelne Bilder von einem Video. Ich muss eben nur die Ausgabe richtig interpretieren. Das Problem waren bislang eigentlich hauptsächlich die Shots. Wir haben angefangen mit Few Shots. Ein kleines Beispiel. Hey ChatGPT, übersetzt mir das mal auf Japanisch. Hallo heißt Konnichiwa. Lecker heißt Oishi. Monster heißt Bakemono. Was heißt Uhrzeit? Wir geben also die Aufgabe an und einige, englisch Few, Beispiele. Deswegen Few Shots. Die Genauigkeit ist hier eigentlich schon erstaunlich hoch. Auch schon für 13 Milliarden Parameter sind wir bei etwa 25% Genauigkeit. Bei One Shots, und dazu zählt dann ungefähr auch die natürlichsprachlichen Befehle, haben wir nur genau die Aufgabenstellung und eben ein Beispiel. Die performen bei GPT-3 ziemlich gleich gut wie natürlichsprachliche Eingabe eben und liefern eine ungefähre Genauigkeit von etwa 50%. GPT-3 liegt bei Few Shots übrigens ungefähr bei 65%. Wenn eure Ausgaben also nicht so toll sind, gebt doch einfach mal ein paar Beispiele an, wie es sein soll. Tatsächlich sehr kompliziert wird es aber auch für GPT-3, wenn ihr einen Zero Shot wagt. Also sowas wie, übersetzt mir auf Japanisch, was heißt Hallo. Dass dann eben Konnichiwa rauskommt, dass es nur mit einer Accuracy von circa 10% möglich. Ich schätze aber, das liegt an der Länge der Eingaben und was eben bei Chat-GPT im Hintergrund noch so passiert. Denn Chat-GPT ist eine vollwertige Anwendung, die nur im Hintergrund GPT-3 verwendet. Aber das ist nochmal ein völlig anderes Thema und nochmal sehr komplex für sich. Wenn ihr mehr über solche KI-Sachen hören wollt, in solchen aufwendigeren Videos auch vielleicht, dann sagt ihr mir bitte Bescheid. War es euch zu kurz, zu lang, zu trocken? Auch nach über 10 Jahren auf dieser Plattform. Hier probiere ich dann doch mal gelegentlich gerne was aus. Sag mir also bitte Bescheid und lass dein Abo da mit Glocke für den Fall der YouTube-Algorithmus-Fälle. Und wenn ihr interessiert seid an diesem Pullover, der wurde von einer KI erstellt. Das Video erschien letzte Woche auf meinem anderen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.